Hallo, ich bin Nureddin Aboud, der Producer von Graw 2 PC für Ubisoft. Hallo, ich bin Lars Bonde, der Spieldesigner von Ghost Recon Advanced Warfighter 2 für PC. Willkommen beim ersten Kapitel des Entwicklertagebuchs. Graw 2 PC wird von Ubisoft präsentiert und wurde von Grin entwickelt. Ein schwedisches Studio mit großer Erfahrung im Bereich PC und militärischer Taktikspiel. Von den 100 Leuten waren ca. 60% bei Grin in Schweden beschäftigt. Grin erhielt Unterstützung von einigen speziellen Abteilungen Ubisofts. Für Graw 2 entwickelten wir die Version 7 der Grin Diesel Engine. Das Spiel hat dieselben technischen Voraussetzungen wie Graw 1. Außerdem wurde es für diejenigen, die Zugang zu Quad-Core, den Physics-Karten von Agia oder Karten wie der NVIDIA 8800 haben, optimiert. Es werden also coole neue Features geboten. Eine verbesserte KI, dynamische Lichteffekte. Eine Mission wechselt sogar von Tag zu Nacht. Der neue Rauf wird von der KI registriert und bietet somit gute Deckung. Du kannst dich von Ort zu Ort bewegen, ohne dass die KI dich zwangsläufig entdeckt. Nach dem Erscheinen wird Grin ein Team bilden, das gegen die ganze Community antritt. Also Ausschau halten.